moin leute was geht hier ist wieder geist heute möchte ich euch zeigen wie die deadpool herausforderung der zweiten woche lösen könnt und zwar geht die dafür gehen die lüftung schafft wieder einmal im computer so leute wie ihr seht woche 2 finde deadpools milchpackung die milchpackung ist direkt im selben raum hier über der toilette einfach einmal draufklicken fertig rück auf dem computer dann kommt schon die zweite challenge leute die zweite challenge dafür müsst ihr drei chimichangas im hauptquartier finden das zeige ich euch jetzt auch mal und zwar der erste chimichanga ist direkt hier am anfang unterm tisch eben diese neben diesen fass einfach nehmen dann gehen wir rüber hier oben links bei agenten einfach drauf leute sucht euch einfach ein agenten aus klickt auf den und dann rechts auf den tisch ist der zweite chimichanga leute einfach wieder bei mir mit xbox controller und zurück dann fehlt nur noch einer leute und der ist hier im upgrade tersor ihr geht in den upgrade tersor rein und seht den schon direkt rechts neben dem skin auf dem regal den letzten chimichanga so wenn ihr das alles gemacht habt leute kriegt ihr diesen ab aufs lamahorn spray ich hoffe das hat euch geholfen leute als euch geholfen hat falls euch dieses video gefallen hat lasst doch ein like da und ja bis mal ja 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 ja